Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Hemmschermeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen der Beziehung und Liebe und vieles mehr. Und ja, heute geht es vor allen Dingen kurz um das Thema Polarität, da würde ich gerne mal, ja, was jemand geschrieben hat zu dem Thema, wie er ganz neue Erfahrungen gemacht hat, eine Frau, wollte ich gerne mal vorlesen und ich wollte danach auch noch was sagen zur Ausbildung, liebes Chip Coach Ausbildung, die ja auch bald losgeht. Genau. Ja, noch kurz vorab, hat mir jemand auf Instagram geschrieben, zum Glück habe ich diese Umkehr durch die Entdeckung deiner YouTube-Videos, Kursen und Bücher geschafft, eine absolute Bereicherung meines Wesens. Vielen Dank, Christian. Ja, ich danke dir. So, und jetzt aber das zur Polarität. Also ich wusste immer wieder, Polarität ist es, wenn du das nicht kennst, schau auch gerne mal auf liebeschiff.de vorbei, ist dieses Zusammenspiel von männlichen und weiblichen Energien im Dating, in Beziehungen, was dazu führt, dass wir Chemie empfinden. Weil ohne Plus, Minus, also jetzt meine ich Plus, Minus nicht im Sinne von Bindungsangst, Verlustangst, das ist natürlich auch eine Art von Plus, Minus, was Chemie gibt. Aber männliche und weibliche Energien, dieses Zusammenspiel davon, gibt Energie. Und es geht so ein bisschen gegen diesen Zeitgeist natürlich, der immer sagt, alles ist gleich, alles ist gleich. Und auch wenn du, keine Ahnung, da unten Penis hast, ist trotzdem alles gleich. Nein, es ist egal, auch wenn es bei jemand anders ganz anders aussieht, es ist immer alles gleich. Und wir können alle sagen, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann und es wurscht. Und ja, auf eine Art stimmt es natürlich. Und also was ich hier sage, ist auch, also erstmal entspricht das meinen Jahrzehnten der Erfahrungen als Paartherapeut und dann ist es absolut genderneutral, weil ich sage mal bewusst männliche und weibliche Energien, weil es gibt Paare und ich kenne auch welche, die, wo der Mann in der weiblichen Energie ist und die Frau in der männlichen. Und das klappt wunderbar. Und meinetwegen kann sich auch jeder jeden Tag neu überlegen, welcher Polarität er sein will. Nur es gibt halt eine Lieblingspolarität. Also man kann, wie soll ich mal sagen, man kann sich die Realität schönreden, aber man muss trotzdem mit den Konsequenzen dieser schönen Rederei, der Realität leben. Ich kann sagen, Polarität interessiert mich nicht, gibt es in meiner Datingwelt nicht, kannst du machen, nur dann musst du halt auch die Konsequenzen deiner Datingerfahrung oder deiner Beziehungserfahrung musst du dann eben akzeptieren. So einfach ist das. So, deswegen toller Kommentar auf YouTube unter einem von meinen Polaritätsvideos. Äh, ich habe als emanzipierte Frau Christians Ansicht zur Polarität immer kritisch bewertet, bis ich vor einigen Monaten in eine Beziehung gekommen bin, wo der Mann megakrass in seiner Polarität ist, laut Christians Definition. Und da merke ich selbst, wie wunderbar es eigentlich ist, in der weiblichen Polarität eine Beziehung zu führen. Ja, das ist eben, das ist nichts Politisches, das ist da, wo man sich wohlfühlt einfach, ne? Ja, endlich muss ich nicht mehr der Mann sein, sondern darf einfach Frau sein. Das entspricht exakt dem, was ich immer auf meiner Part-Therapie-Couch gehört habe. Äh, ich kann mit meinem jetzigen Partner viele Facetten an mir entdecken, äh, an die früher nicht zu denken war. Und so tanzende Smileys, äh, ein super Lerneffekt für mich, ich bin super glücklich damit, es ist so harmonisch zwischen uns. Auch hier nochmal ein Danke an Christian für seine Arbeit. Ja, gut, auch gerne mal in die Datingkurse rein, die verlinke ich hier vielleicht nochmal. Äh, jeder investierte Euro in die Kurse war es wert und dann eben auch die intensive Arbeit an mir selbst. Was ich dafür bis heute vom Universum zurückbekommen habe, ist einfach unbeglaublich und unbezahlbar. Bin Jahrgang in den 80ern ursprünglich sehr geprägt von der 90er Powergirl-Bewegung. Vielen Dank, freue mich immer über solche Kommentare, gab ja auch ganz viel Feedback auf der libysche Party. Das ist immer super nett, äh, wenn ich das auch mal so live höre, ist natürlich auch nochmal ganz toll. Und, naja, gut, äh, das mal so dazu, jetzt zur Ausbildung. Da werde ich auch nochmal ein Video verlinken mit Reboot-Coaching, was ich mit ihr gemacht habe. Ähm, und, äh, finde ich auch auf Instagram. Und die hat bei mir die Ausbildung gemacht und, ja, sagt da was so über ihre Erfahrungen auch. Und, ähm, ja, jetzt, soweit ich weiß, eigenes Coaching-Business und eine von vielen, manche machen die Ausbildung auch nur aus Spaß an der Freude, weil sie einfach tiefer einsteigen wollen in die Beziehung. Ich habe wirklich viele, die machen sie einfach nur, weil sie tiefer ihre eigenen Dynamiken verstehen wollen. Wunderbar, also es gibt, es gibt bei mir zwei Ausbildungen, es gibt die, ähm, für Einzel, die ist wirklich fokussiert auf Wissen rund um toxische Beziehungen, wenn du Menschen beraten willst, rund um toxische Beziehungen. Und es gibt eine, die ist ein bisschen allgemeiner, für Paartherapie. So, es ist eine Grundausbildung, es ist eine Online-Ausbildung, ähm, so, du kannst das in deinem Tempo machen, das ist so aufgebaut wie so ein Semester sozusagen, das geht da so über drei Monate quasi. Aber du kannst es auch langsamer machen, das ist ja das Gute an diesen Online-Ausbildungen. Gibt Hausaufgaben, du musst Sachen lesen und hinterher eine kleine Prüfung machen, so, ne. Und dann soll es darauf, wenn das dann hoffentlich so weitergeht mit Corona, beziehungsweise nicht Corona, äh, soll es darauf aufbauend, ähm, auch Advanced-Ausbildungen geben, die dann live stattfinden. Da geht es aber jetzt nicht mehr, dass es dann noch so ein Geheimwissen gibt, sondern wollen wir es einfach einüben, Feedback von mir und so weiter. Äh, so, das erstmal dazu. Ähm. Also, ich kriege dann immer gefragt, ist das, äh, irgendwie eine anerkannte Ausbildung oder so? Nein, es ist einfach, äh, es ist einfach eine Sache, wo man eine eigene Verantwortung übernimmt, wo man sagt, ja, ich möchte gerne dieses Wissen haben und ich buche das bei Christian so, ne. Also, ich habe früher auch akkreditierte Ausbildungen gemacht, die waren akkreditiert bei der, ähm, Kammer und so weiter. Oder es hast ja dann, äh, oder es heißt ja dann, äh, Fortbildung, äh, und das ist das jetzt aber nicht. Ähm. Ähm, ja, würde online sowieso nicht gehen, aber das ist jetzt wirklich, wo du sagst, ja, ich möchte gerne dieses Wissen haben und, ähm, ja, möchte da jetzt gerne von profitieren und, äh, setzt das in eigener Verantwortung ein. Deswegen, äh, ja, ich werde noch nicht immer gefragt, äh, kann man damit arbeiten? Also, äh, sicherlich braucht es noch ein bisschen was drumrum, Gesprächsführungskompetenzen, Basiswissen über die Psyche. Also, deswegen ist das wirklich, muss man es so ein bisschen sehen wie so ein Modulbaustein, ähm, ist ja auch wirklich, soll ich mal sagen, kostengünstig. Ich, andere Ausbildungen kosten das Fünffache, das Zehnfache, ich weiß es nicht, ähm, und, äh, deswegen ist es, muss das so sehen wie so ein Baustein, den du zu anderen Bausteinen kombinieren kannst, ne, und, ähm, ja, ich werde oft gefragt, womit kann man das kombinieren? Kann man zum Beispiel kombinieren mit einem kleinen Haarpraktiker, kann man kombinieren mit einem systemischen Coach zum Beispiel, ne, das sind so Sachen, die ich häufig sage, kannst du natürlich auch kombinieren mit, äh, Psychologiestudium oder wenn du für deine, äh, weiß ich nicht, sonstige therapeutische oder coachende Tätigkeiten, die einfach nur ein bisschen Wissen, Hintergrundwissen besorgen willst, kannst du natürlich auch, also es gibt tausend Gründe, warum man, äh, ja, dieses Wissen gerne haben möchte und das muss halt jeder für sich wissen, so, ne, ähm, und wie gesagt, die Paar-Geschichte ist so ein bisschen allgemeiner, also allgemeiner, äh, also jetzt nicht speziell, also ich hätte ja sowieso keine Paar-Therapie bei toxischen Beziehungen, insofern, äh, ja, ist einfach Paar-Therapie für normale Paare, ne, umgehen mit Fremdgehen, äh, äh, umgehen mit, äh, Midlife-Crisis, umgehen mit, äh, Risikofaktoren, Gesprächsführung, Übungen für Paare, also sehr konzentriert, echt eine geile Sache, finde ich, haben auch schon echt viele gemacht, so, und, ähm, ähm, also wir waren bestimmt schon, ja, egal, viele Leute, also, äh, dann wurde ich auch viel gefragt, äh, sind da noch weitere Kurse mit drin? Ja, es sind die Kurse des Hauptmoduls, äh, die Hauptmodule mit drin, 0 bis, äh, 5, einfach damit alle auf dem gleichen Stand sind, so, ne, das ist jetzt nicht, wie soll ich mal sagen, ich hab die einfach quasi hinzugefügt, damit alle auf dem gleichen Stand sind, also natürlich, die Leute, die da reinkommen, haben vielleicht schon mal einen von den Kursen gemacht, oder so, ja, äh, aber damit einfach alle auf dem gleichen Stand sind, und dieser Paar-Kurs von mir, der wird dann in der Paar-Geschichte drin sein, ähm, und es gibt so einen Kombi-Preis, also das machen auch, die meisten machen beides so, und, äh, genau, gibt's dann einen Kombi-Preis, und es gibt einen Frühbucher-Preis, bis Ende Oktober, 15. November geht dann die Einzel los, 15. Februar nächsten Jahres die Paar, und wie gesagt, du kannst das Ganze in deinem Tempo machen, und, ähm, genau, wenn's noch weitere Fragen gibt, schreib auch einfach an support.at, äh, liebeschip.de, und, ja, dann schauen wir mal, wer da so alles mitmachen will, und wir werden's wohl wiedersehen. Ach ja, und es gibt einen YouTube-Live am, ähm, was haben wir jetzt gesagt, am Samstag um 18 Uhr, und Donnerstags gibt's, nee, Donnerstag, Sonntags gibt's in der Regel, wenn nicht grad Wahl ist, oder irgendwie sowas, oder die Welt untergeht, 19.30 Uhr ein Live auf Instagram. Musik 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 Musik